Willkommen meine Freunde zu einer neuen Podcast-Folge, Nummer 18 schon, wir gehen gut auf die 20 zu. Wir haben heute drei Gäste, wie immer Aisle Grant, Zander ist wieder am Start und wir haben heute wieder Simply Good mal dabei. Hallo. Wir haben jetzt heute wieder mal ein interessantes Thema und zwar, wie sieht die Zukunft von Metin 2 aus, sei es jetzt finanziell, auch von der Spielerschaft her und da wollte ich euch mal fragen, da würde ich jetzt mal bei Simply anfangen, was denkst du in was für eine Richtung Metin 2 jetzt noch so geht? Also derzeit finde ich tatsächlich mit den Johara-Content und so weiter hat das eine positive Wendung genommen, meiner Meinung nach und wenn das in diese Richtung weitergeht, sehe ich eigentlich auf jeden Fall noch mindestens fünf bis zehn Jahre Metin 2 vor uns. Wir wissen ja alle auf jeden Fall, dass die Lizenz bis 2026 läuft und wenn bis dahin jetzt noch großartig Content auf uns zukommt, wir wissen auf jeden Fall, es gibt genug Leute, die das Projekt Metin 2 unterstützen, inklusive wir halt. Ja, dann sehe ich da einfach einen sehr, sehr großen Vorteil, was das angeht. Natürlich gibt es viele negative Punkte, wir fangen natürlich an mit den Bottern, die machen das Spiel kaputt, keine Frage, aber wenn man so sieht, wie viel Metin 2 derzeit noch an Spielerschaft im High-Level-Bereich hat und so weiter und wie das Spiel Richtung Johara aussieht, sehe ich da eigentlich kein Problem darin, dass das Spiel noch langfristig existiert. Es ist halt wirklich abhängig davon, wie die Gameforge irgendwann im Laufe der Zeit mit den Botter-Problemen umgeht und das wird dann am Ende so die Schwierigkeit oder beziehungsweise der Punkt sein, wo das Spiel am Ende down geht, wenn einfach die Botter einfach größtenteils das Spiel übernehmen werden, was halt derzeit sehr, sehr, ja, heftig ist, gerade auf Germania. Ja, das würde ich jetzt groß erstmal so in die Runde werfen und ja, das ist meine Meinung. Okay, dann Zander. Also bezüglich, was ist gut, was ist schlecht? Ich fand, dass in letzter Zeit jetzt hat Quality of Lifetime, allein dieses Update, hat einiges verändert zum Positiven, dass manche Sachen, auch wenn es indirekt, wenn man sich überlegt, es ist jetzt irgendwas stackbar, aber das erleichtert so krass manchmal in Arbeitsaufwand und das ist in die richtige Richtung gegangen, ist wieder, so wie ich mitbekommen habe, 2.0 nochmal, also nochmal eine Anpassung von manchen Sachen geben, was ja auch wieder ins Positive geht und bestehende Sachen, so wie zum Beispiel jetzt mit dem Set-Bonus, wurden angepasst zum Positiven und zum Beispiel auch Invasion, also es wird an bestehenden Sachen einfach gearbeitet, um die wieder irgendwie effektiv zu machen. Wenn man jetzt aufs neue Event geht, mit dem Monster-Platin-Shots tun, heißt das, es ist jetzt da ein bisschen möglich, an Monster-Karten-Trio zu umarbeiten, ja genau. Und das sind positive Sachen, wo ich sage, es passt, aber so wie Simpli es relativ gut gesagt hat, die Botter, es ist nicht nur auf Germania, sondern natürlich das gleiche auch auf Teutow. Wenn man überlegt, wenn man mal reinschauen würde, alle sechs Channels sind voll ausgelastet, wo ich mir denke, das kann es ja gar nicht sein und das ist einfach die Zahl an Bottern, die jeden Channel eigentlich wortwörtlich besetzt stellen, weil es ist ja alles zu. Wenn du mal manche Spieler fragst, Map 2, Feuerland, Exakt, ist alles einfach zu und das ist einfach eine Sache, da muss was passieren. Ansonsten bezüglich Dauer, also es müsste wirklich leider auch mal wieder ein Update in Johara-Richtung kommen. Es ist jetzt zwei Jahre und fünf Monate her, dass im High-Level-Bereich jetzt ein direktes Content-Update mit neuen Karten, neuen Bossen gekommen ist, weil Invasion ist für mich jetzt nicht wirklich eine neue Karte, wo man da aufgrinden oder farmen kann. Anders World ist ja auch verbessert worden, kommt regelmäßig jetzt, kostenlos ja aufheben, Pets. Also es ist viel Positives passiert in letzter Zeit, aber das mit den Bottern ist leider wieder ein kompletter Rückschritt wie vor, ich glaube, zwei, drei Jahren war es schon mal so extrem. Genau. Aber meinst du, das kann ich euch alle drei erfragen, weil auf Germania und Teutonia, da seid ihr ja unterwegs, also Zander und A sind auf Teutonia und Simply auf Germania. Ist es mit den Bottern erst wieder vor kurzem so richtig schlimm geworden oder war es die ganze Zeit kontinuierlich so schlimm? Weil ich habe jetzt erst vor ein paar Monaten wieder diesen Aufschrei gesehen. Es ist halt losgegangen, es hat doch kurzzeitig mal geheißen, da muss mich einer bitte korrigieren, wie der Bot geheißen hat, der ist doch kurzzeitig hops genommen worden. Der M2-Bob, ja. Ja, ja, und da war ganz kurz mal Ruhe. Und dann hat es gedauert, wieder circa drei, vier Monate, bis sich irgendwas entabliert hat und letztendlich ist genau alles wieder beim Alten. Somit sage ich, ja, es war kurzzeitig besser. Ja, also ich würde auch sagen, das letzte Vierteljahr ist jetzt schon sehr schlimm. Alchi ist ja das Extremste, also das sieht man auf beiden Surfern. Genau, also Alchi hat erst angefangen zu droppen im antiken Bereich schon sehr extrem und mittlerweile gehen die Excel-Steine auch deutlich runter im Preis. Ja, ich habe mir das eine Video auch hochgeladen, wo man ja gesehen hat, in einer Minute, wie viele Botter sich da einloggen. Das sind ja zum Teil sieben bis zehn Stück an Alchemisten. Und man darf nur bedenken, dass das auf Channel 1 auf der Handelsmap war. Wenn man das jetzt auf jede einzelne Map bezieht, auf jeden Channel, es sieht ja überall so aus. Wenn man sich Channel 2 auf die Handelsmap stellt, sind auch sechs bis zehn Botter gefühlt jede Minute. Wenn man Map 1 rotes geht, sind auch fünf Botter die Minute. Also was da an sich permanent ein- und auslockt, das ist einfach brutal. Vor allem im Sommer, wo das OK-Event noch war, also das mit den Ringen, da war das richtig, richtig heftig der Fall. Und wie das jetzt im Winter aussieht bei den anderen OKs, die sind ja dann das doppelte Wert, das wird dann nochmal komplett in die Höhe schießen. Was mir auch aufgefallen ist, die Botter verkaufen gerade permanent Schatztruhen. Also Geisterwald und Roter Wald, die Maps sind überfüllt. Ich bin jetzt letztens mit einem sechsten, ja, ich bin mit einem sechsten Fünfziger-Char auch im Roten Wald, weil man da goldene Schatztruhen droppt. Äh, goldene Schüssel droppt, Entschuldigung. Und mir sind in locker fünf Minuten über 20 Botter über dem Weg gelaufen. Die sind alle über einen Fleck marschiert, wortwörtlich. Also du hast gar keine Chance auf irgendeinen Monster. Da konnte ich mir dann gefühlt direkt wieder eine andere Farmstelle suchen. Und auch das gleiche im Tempel und so weiter. Also überall die Stellen, wo du relativ gut Truhen droppst oder Schlüssel, die sind gerade so übermäßig überfarmt von den Bottern. Da hast du gar keine Chance. Und das Schlimme ist, die sind halt auch Argo gestellt. Die ist komplett egal. Also die geben einfach einen Piep auf dich. Und die Maschinen einfach über dich durchkillen dich. Also das nimmt halt gerade einen extrem überhand. Und gerade im Low-Level-Bereich ist das gerade pure Katastrophe. Also bis Level 75, obwohl sogar bis 95 Grotte, zweitechnisch gesehen auch, kannst du halt einfach den Content in die Tonne werfen gerade. Ja. Auch wenn du bedenkst, ich fahre mir gerade wieder Melee. Allein diesen Lag, wenn du dich da einloggst, du klickst den NPC an und du hast bestimmt so ein, zwei Sekunden, bis sich durch den Server überhaupt aufbaut, was das Menü von dem, was du da rein kannst und so. Im Feuerland ist es auch richtig schlimm. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Habt ihr auch vermehrt Fenster-Close und so weiter? Ja, seit zwei Wochen wirklich ganz viel wieder. Ich finde es auch so random, du läufst einfach rum, zack, close. Oder wenn du in der Hydra bist oder so, oder wenn du in der Melee bist, das ist schrecklich. Im Bazaar, ich wollte heute erst Shop aufmachen wollen, direkt wo ich auf Shop draufklicken will, direkt Fenster-Close. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob das an den Bottern liegt, aber, also klar, im Bazaar war es schon immer so, dass du gefühlt nach fünf Minuten schon ein Standbild hast. Weil ich finde, das ist so krass mittlerweile. Ich stehe da zwei Minuten und es fängt schon mies an zu lecken. Vielleicht liegt es auch am PC und dass man mehr Fenster offen hat, aber ich weiß nicht, wie es da bei euch ist. Es ist aber so Kicks und Freezes und Faustbug und was weiß ich. Boah, das ist ja schrecklich. Ja, das sind wieder mehr geworden. Bezüglich Botter noch, ich weiß nicht, hat das bei uns letztes Mal einer angesprochen, dass Botter mittlerweile auch schon Elementarverzauberungen, also da einer durchlockt. Was? Habe ich auch irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das bei uns war, aber das haben sie auch gesagt, dass innerhalb von einer Minute 70 Chars durchgelockt worden sind zum Spenden für Elementarverzauberungen, dass da anscheinend jetzt auch schon was gibt. Wild! Davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört. Ich habe es letztes gehört, vor zwei, drei Wochen erst. Der könnte aber safe trusted sein. Aber ich muss auch sagen, wenn man jetzt gerade beim Thema Botter wieder so angelangt ist, für das Event gesehen ist bis auf die Truhen und Schlüsse, was die Botter gerade farmen, nicht viel für die Botter dabei. Meiner Meinung nach, weil das Event selber, die haben sehr wenig Items dabei, die sie halt direkt verkaufen können. Und dann halt das Risiko haben, dass das halt für die gebannt wird. Und die Spieler, also wir drücken gerade die Euche zusätzlich noch runter, weil wir mittlerweile wahrscheinlich genügend Euche bekommen durch dieses Event und die Botter unterbieten. Somit geht die Euche wahrscheinlich noch weiter runter. Ich wollte es aber auch gerade sagen, ich glaube, auch wenn du sagst, dass sie nicht so viel bekommen, wahrscheinlich werden die trotzdem immer noch genug kriegen. Ja, natürlich, sie werden alleine durch die Schlüssel halt genug kriegen, gerade wenn man sich überlegt, die gehen einmal roten Wald, ziehen da einmal durch und haben dann zehn goldene Schlüssel gedroppt. Das ist halt 28 Kaka in dem Moment für die von unseren Preisen gerade her. Das ist halt ziemlich hart dann. Ja. Okay, nochmal kurz zum Thema zurück. Jetzt will ich nochmal Ace fragen. Wie siehst du die Zukunft von Metin 2? Ja, ganz schwere Frage. Ich finde, im Gegensatz zu Thunder und Simply, das finde ich, klar, es gab nette Sachen. Und für mich ist, auch wenn Quality of Life eine schöne Sache ist, ist das, finde ich, eher so ein, nennen wir es mal, Pflichtprogramm. Das sind ja Sachen, die hätten schon längst passiert sein können. Klar, es ist schön, dass es jetzt gekommen ist, aber man hätte ja vorher Sachen stackbar machen können und so. Das ist ja keine, dass jetzt, keine Ahnung, das Rad neu erfunden wurde. Ich finde es, wie Thunder gesagt hat, das letzte richtig ordentliche Johara-Update, also es müsste jetzt für mich nicht mal Johara-Update sein, ist aber mit Alastor zweieinhalb Jahre her. Ich finde, es ist einfach zu langsam, weil du bist halt jetzt content-technisch so weit, es gibt den einen oder anderen, der halt mit Autoyagd gut Geld verdienen kann auf Johara, aber sonst war es das halt. Ich sage mal, die große Spielerschaft macht ihr Geld mit Hydra und Melee und das ist, finde ich, eigentlich kann es aus meiner Sicht nicht sein. Oder es müsste zumindest mal irgendwas Neues geben, das zumindest zeitweitig wieder relevant wäre. Ich meine, so wie der Schlangen-Run halt damals, der wäre auch für eine Zeit lang sehr relevant. Ja, es sind da mehrere Karten, die auf einmal kommen. Warte mal, Ace, du hackst gerade von der Stimme ab. Ach so, Entschuldigung. Hörst du mich jetzt nochmal? Ja, ich höre dich besser jetzt. Auf jeden Fall, ich finde, da fehlt es einfach daran an echten Content. Also klar, die haben jetzt viele coole Sachen gemacht, mal Side-Events wie Primordis, was sie dann aber jetzt irgendwie wieder verworfen haben. Aber für mich fehlt es einfach deutlich am echten Content. Und wenn nicht aus meiner Sicht zeitnah echter Content nachkommt, werden die mehr und mehr Spieler verlieren. Einmal hast du die Leute, die Appen und das Appen der Schlangenwaffen vor allem, ist so extrem teuer, dass halt Leute, die 50, 60 Tries auf manchen Stufen haben, das Game quitten und aufhören. Und es gibt halt nichts, was nachkommt. Das Ganze wird nicht einfacher gemacht. Klar, wir hatten jetzt dieses Event, wo halt für, ich weiß jetzt nicht, es war ja begrenzt, diese erhöhte Abschance. 50 und 100. Also, ich glaube, 50 waren erhöhte Abschance und 100 waren kostenloser ab. Anlaufen. Okay, andersrum, ja. Ja, auf jeden Fall, bei dem einen oder anderen habe ich gehört, dass das was gebracht hat, aber ich weiß nicht, ob das so der Way to go ist. Hey, warte mal, es waren noch 100 Stück, 10% bessere Chance und 50 keine Up-Items. Genau. Ja, achso, okay, gut. Ja, gut, weiter. Ja, aber für mich fehlt es einfach ganz deutlich an Content. Und wenn das so weitergefahren wird, dann sehe ich eher, dass die Leute früher oder später aufhören werden. Gerade die Leute, ich sag mal... Aber du meinst auch im Sinne von, dass die auch nicht mehr kommen, ne? Nein. Also, in Meetings 2 ist es ja oft so, dass nicht Leute wie ich zum Beispiel sagen, ich hatte ja eine Pause von sechs Monaten dieses Jahr, also die ersten sechs Monate des Jahres. Und die meisten Leute verkaufen halt meist direkt ihr Equipment einfach, weil innerhalb von sechs Monaten oder einem halben Jahr, und da muss nicht mal ein Update für kommen, dass Equipment deutlich weniger wert sein kann und man hat entweder lieber das One liegen oder auch da muss es sich nichts vormachen. Die Leute verkaufen das One und haben dann lieber das Euro. Und dann sind die Leute auch erst mal weg. Und dann muss erst mal was kommen, wo man dann halt sagt, jetzt spiele ich wieder. Oder das ist so interessant, dass ich wieder spielen möchte. Bei mir war es ja das Update mit dem Amethyst und Sechster, Siebter im Handschuh, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist wieder Content, den ich für cool zu erspielen halte. Dann mache ich erst mal wieder was. Und ich finde, davon kommt halt deutlich zu wenig. Ja. Das würde mich halt auch mal voll interessieren, was das so bei der GF abgeht und was sie so geplant haben. Weil auch wie jetzt zum Beispiel Simply oder wie ihr alle drei das schon gesagt habt, Quality of Life finde ich auch mega nice. Das mit den Amethyst und mit den Handschuhen finde ich auch nice, was sie gebracht haben. Ich finde den Battle Pass an sich, dass sie den eingefügt haben, finde ich auch cool. Ich finde ihn an sich, naja gut, kann man vielleicht ein bisschen weniger dafür verlangen. Auf der anderen Seite, für das, was du jetzt kriegst, ist es halt, naja gut. Aber du kriegst schon auf jeden Fall was für einen Battle Pass, ne? Das sind auch gute Sachen. Was ich dann nur auch genauso anstrengend finde, ist der Content. Aber ich finde auch, weil ich bin jetzt bei Tiger Ghost, habe ich ja meinen Lukan jetzt auf 75 und ich habe jetzt mal so Spinnenbarones gemacht, Asra-Egel gemacht. Und so Runs, wo du sagst, joa, macht tatsächlich auch sogar mal Spaß, es so zu farmen, kriegst jetzt auch schon mittlerweile was dafür. Aber auch so immer noch, und ich gehe mal davon aus, dass es mir dazu stimmt, dass auch trotzdem die älteren Runs immer noch so zu viel teilweise abverlangen und du zu wenig bekommst. Das heißt jetzt beim Rassador, dass du deine zwei Passierscheine brauchst. Der Asra-Egel, der wirft zwar jetzt schon auch gut Waffen ab und Schmuck, dass du es auch gut verkaufen kannst, ist aber auch sehr viel Masse, eine sehr große Masse an Items, die du dann verkaufen musst überhaupt. Und ich finde auch, dass Johara auch viel gemacht werden sollte, aber ich finde, dass immer noch im Low-Level viel gemacht werden sollte. Es ist ja schon viel gemacht, aber es ist immer noch so langweilig, Alter. Wenn ich immer sehe, wenn ich dann von den Leuten höre, dass die mit zehn Chars Kors farmen, ja, ich weiß, es bringt gut Geld, keine Frage, aber dass du mal sagst, komm, der DT-Run, der lohnt sich mal so richtig wieder. Oder mal Bosse fahren im Low-Level-Bereich wie Flammkönig oder Oberorg oder so, dass sich das auch mal so was lohnt. Das hast du halt immer noch nicht. Ich finde es immer noch so nervig. Ich finde halt, da müsste bloß eine Anpassung von den Dunen kommen und deswegen hätte ich viel Aufwand. Wenn ich bloß 10 DR reinpacken oder so als Gutschein beispielsweise, keine Ahnung. Ich finde, die könnten in Metin alleine schon, ich meine, man merkt auch schon, es wird schon, finde ich, auch ein Stück weit besser mit den Sachen, die sie jetzt bringen. Aber das ist halt noch nicht so diese richtige Vielfalt da, ne? Dass du sagst, Bulli, heute mache ich mal das, dann mache ich mal morgen das. Alles läuft immer aufs Grinden hinaus, also oft. Was ja an sich erstmal ja nicht unbedingt schlimm sein muss. Aber es ist halt irgendwie so eintönig, ne? Aber wenn man mal wirklich überlegt, jetzt auf Quality of Lifetime oder etc. Das ist mit Andersworld oder mit Elementarworld, theoretisch, das sind Anpassungen, das sind für die zwei, drei Klicks Gegenstand handelbar. Klick rein. Droprate von Elementarworld oben. Einfach bloß hochgeschraubt. Sechster, siebter im Handschuh hinzugefügt. Ja, das sind eigentlich bloß ein paar kleine Klicks. Aber ich habe das Gefühl, wir sind so dankbar für kleine Sachen, dass das eigentlich im Vergleich, wenn man sich jetzt in 2023 vorstellt, das Spiel hat es geschafft, zweieinhalb Jahre kein Content zu bringen. Und es gibt immer Leute, die das Spiel nur spielen. Das heißt, wie dankbar wir überhaupt sind, dass irgendwas passiert. Sieht man, wie hartnäckig IT-Community ist. Ja gut, was heißt kein Content? Es ist ja Content gekommen. In den zweieinhalb Jahren hättest du nicht diese ganzen Scherben farmen können. Es wird keinen neuen Eilstein gegeben. Es hat keine sechse, siebte Handschuhe gegeben. Das ist ja kein neuer Content. Also der Handschuh, ja, aber die Scherben zum Beispiel sind ein Design-Liter-Content, ne? Ja, gut, aber es ist ja, aber es ist jetzt was, was du jetzt farmen kannst und was jetzt auch sehr viele farmen. Also es ist ein Content trotzdem, wie du schon sagst, recycelt worden, der jetzt aber auch wirklich einen Anspruch auch verdient und der auch Interesse bei den Leuten geweckt hat. Also das finde ich jetzt fast genauso viel wert, wie was Neues, meiner Meinung nach. Ich bin aber dabei, dass ich eher auf das raus will, wenn man überlegt, jetzt rein, jetzt gehen wir mal aufs Finanzielle. Wenn man überlegt, was Mädchen Geld abwirft, für das, dass diese Anpassungen kommen sind, was, wie wenig Zeit das wahrscheinlich jetzt ohne Ding in Anspruch genommen hat, ist es für mich, steht das eben nicht im Verhältnis, dass einfach trotzdem das zu wenig ist, für das, was das Spiel abwirft. Ja, sehe ich genauso. Reinschaut, was die mit Mädchen 2 einnehmen, jetzt nur im deutschen Sektor, nichts, das ist zu wenig. Hat da jemand zufällig Zahlen, alles auf jeden Fall sehr interessieren, was sie in Deutschland so einnehmen. Also 2021 waren es 103 Millionen, wenn ich mich recht entsende, die sie mit Mädchen 2 eingenommen haben. Insgesamt? Insgesamt, ja. Ah. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, 2010er Zeitraum waren es auch immer so um die 100 Millionen. Also haben sie so gesehen 2021 durch halt uns so gesehen genug wieder eingenommen, dass sie halt auf denselben Resultaten rauskommen, trotz der weniger Spielerschaften. Aber man muss auch sehen, das Spiel ist halt immens teurer geworden im Gegensatz zu früher. Und alle sind älter geworden. Und verdienen mehr Geld teilweise. Richtig. Und verdienen jetzt Geld. Ja. Ich geh da auch. Da können jetzt richtig viele Grillpartys organisiert werden. Junge, Junge, da kommt aber das goldene Steak auf jeden Fall auf den Grill. Boah. Boah. Ähm. Glaubt ihr, jetzt mal wirklich ganz ehrlich, glaubt ihr, dass Spieler, dass es viele Leute gibt, die jetzt, wenn sie komplett Mädchen 2 noch gar nicht kennen, da auch länger kleben bleiben? Ich hatte gestern Abend tatsächlich eine Werbung bei YouTube vor meinem Video von Mädchen 2. Ich hab's auch, ich hab's auch auf Google, aber ganz oft Mädchenwerbung. Gesponserte Mädchenwerbung auf meinem Handy. Ich so, her, Das erste Mal ist eine Mädchen 2 Werbung auf YouTube. Also wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber seit Jahren das erste Mal. Ja. Ja. Aber ich kann's mir echt schwer vorstellen. Aber das trifft. Aber da geht's ja genau los, ist das, wie kannst du kleben bleiben, wenn dir durch die Botter, jetzt haben wir ja gerade geredet, im Low Level, der Einstieg so schwer gemacht wird in das Spiel, außer du gehst auf die Server, wo wenig Botter sind. Ja. Aber das ist genau der Punkt, wie willst du denn auf ein Spiel kommen, wenn du sagst, hey, es bockt, wenn du ohne jetzt zu weit auszuholen, aber ich denke, ja, du willst einfach einloggen und mal zocken so. Ja, oder cash einfach drei, viertausend Euro, dass du überhaupt das erste Mal Spaß hast in dem Spiel, dass du irgendwo spielst und du jetzt nicht einen Botter über dem Weg läufst, dass du einfach das Gefühl hast, du schaffst was. Der Einstieg wird halt einem so schwer gemacht mittlerweile. Ich hab mal einen gehabt, der hat noch nie Mate in 2 in seinem Leben gespielt, der hat auf Tiger Ghost angefangen und hab den Codes gegeben und so, dann hat er mich halt gefragt, boah, was ist denn das? Der hat wirklich so einen Nullplan von irgendwas gehabt, ne? Und dann sagt er so, ja, ich bin jetzt auf dem Bazar, wie kann ich denn mal hier, also wie kann ich denn mal hier so eine, halt dieses Glas, das Handeln oder so, also hat er anders halt natürlich wiedergegeben, er wusste jetzt nicht, was das ist. Wie kann ich denn jetzt mal den Markt anschauen, ne? Du gehst ja nicht hin und sagst, ja, du musst jetzt bitte jeden Laden einzeln anschauen. Da sag ich so, naja, es gibt so, es gibt so das Glas Handeln oder so, da kannst du den Markt anschauen. Ah ja, cool, wo gibt's denn das? Ja, fuck, im Itemshop. Da denkst du dir so, Mann, das ist so peinlich, dass du für so ganz plumpe Sachen die Leute so oft auf den Itemshop verweisen musst. Ist das so peinlich, Mann? Ist das so peinlich? Ich so, ja, du wirst dir halt nie ein richtiges Bild vom Markt machen können, wenn du dir jeden blöden Shop anschaust. Ich hab ja auch noch was Besseres zu tun. Und dann hast du irgendwelche Scammer-Shops mit 8, 150 Kaka oder so. Und dann sagst du ihm, ja, das brauchst du halt aus dem Itemshop theoretisch, ja, wenn du mehr droppen willst, brauchst du einen Diebeshandschuh, wenn du Young aufheben willst, brauchst du eine dritte Hand, und so. das sind die kleinen Sachen, wo sich dann trotzdem summieren. Ja, aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch schon überhaupt auf diesen Itemshop erstmal aufmerksam machen. So, ja, da musst du hin. Dann, ne, weiß ich nicht, Mann, ich finde das so voll kacke. weiß dir den Weg. Ja, sein Abenteurer findet die schon heraus. Glaubt ihr, dass das vielleicht aber auch nur für Leute wie uns, die das Spiel schon so lange verfolgen, so relevant ist? Weil ich kann mich noch zurückerinnern, auch weil das extrem lange her ist, wo ich angefangen habe zu spielen, ich glaube, ich habe bis Level 60 oder 65 kein einziges Mal den Itemshop benutzt. Hab ich früher auch nicht so richtig. Ich auch nicht. War da ja auch noch richtig jung, ne? Also ich hätte auch noch gelb gehabt. Und die erste Aufladung hatte ich, glaube ich, mit, ich nenne es mal rund um 60 mit so einer, was war es, 5 oder 10 Euro SMS, das nächste, niedrigste, was ich machen konnte. Paysafe-Karten. Das erste Mal im Leben SC2-Tickets zu kaufen. Dann habe ich SC2 nicht gepackt und habe dann, glaube ich, bei den Baumfröschen bis 65 oder so gelabelt. Junge, du Tier. Und das alles waren halt früher Sachen, die mir halt Spaß gemacht haben. Jetzt rückblickend mit dem Wissen, was man hat, würde man sagen, natürlich. Aber man hat ja auch viel mehr früher, die es entdecken. Du kennst jetzt einfach alles. Ich sage mal, für viele war ja auch dieser Punkt, wenn ich mit Leuten oder ich sage mal Leuten aus meiner Bubble, Fans, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, tut ja auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall, wenn ich mit denen geschrieben habe und die haben dann gesagt, ja, so und so und ich habe voll Lust auf Johara und ich habe den meisten gesagt, mach das nicht. es lohnt sich einfach finanziell nicht. Bleib lieber da, wo du jetzt bist. Du bist jetzt ein guter Hydra-Duo-Partner. Es lohnt nicht, das aufzulösen, um dann Johara-Zeug und so. Ja. Und die Leute haben es trotzdem gemacht. Kann ja auch jeder machen, was er möchte. Aber auch bei mir selber war es so, einfach mal einmal diesen Content gespielt zu haben und dann ist das Interesse weg, diese Neugier. Und ich glaube, diese Neugier und das Entdecken haben Leute, die Meteen 2 neu anfangen würden. Ja, er hatte das ja auch. Aus einem anderen Blickwinkel. Ja, er hatte das auch und ich fand es ja voll cool, weil er meinte, ja, nee, ist voll cool, jetzt gehe ich dazu da ein Map und so und gucke mir da einfach mal alles an. Und er hat auch wirklich die Quests auch so durchgemacht. Und er ist auch relativ schnell vorangekommen, aber man muss auch sagen, er hat auch dann schon ein bisschen was gecashed, jetzt nicht viel, aber ein bisschen was. Und ja, da hast du recht, dass man einfach diese Entdecker-Dasein hat und das fällt natürlich weg. Und zu deiner Frage nochmal, an wem sich heutzutage in Meteen 2 richtet, ich kann, natürlich kann es auch sein, dass sie vielleicht den Punkt oder den Fokus auf immer diese Rückkehrer wieder setzen, ne? So viele Leute, die jetzt auch mit beiden Beinen im Leben drin stehen, raus aus der Schule, sind jetzt alle am Arbeiten. und dann, wie oft kennen wir diese Leute, die sagen, boah ey, ich habe jetzt nach zehn Jahren mal wieder in Meteen 2 entdeckt, lohnt sich das noch? Wie oft kriegt man diese Frage gestellt? Und jetzt sind halt die Leute an dem Punkt, wo sie vielleicht früher gesagt haben, boah, ich habe vielleicht noch kein Aura-P gehabt, ich war noch nie Level 99 oder Level 105 oder 120, ich habe noch nie, keine Ahnung, ich war noch nie mal so richtig gut und dass sie vielleicht jetzt sagen, jetzt kann ich es mir theoretisch leisten, ne? Also, werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, dass es vielleicht auch an dieses Klientel, an der Leute gerichtet ist. Weil ich finde, heute, ich finde einmal das und auch dieses, was früher auch so war, man möchte halt noch einmal richtig gut sein, vielleicht der beste in der Rangliste und da kommen dann die neuen Server dazu. Ja. Aber ich finde auch momentan, also das ist jetzt momentan, das merkt man, das ist ja nicht nur ein Mädchen, das ist ja überall jetzt so, dass auch dieses Geld ausgeben, richtig viel Geld ausgeben, immer normaler wird. Serverstart, ja, 5000 Euro. Da sagst du, findet ihr das viel? Das ist doch normal. Kann jeder machen mit seinem Geld, was er will. Das ist so Standardaussage. Ja, stimmt schon, dass jeder machen kann damit, was er will, ist ja okay. Aber es wird immer konzentrierter, finde ich. Es passiert jetzt öfter, ja. Wie viele Leute machen das, wenn man es prozentual sieht, ist es immer noch verdammt niedrig. Naja, ich sag's mal so, vor ein paar Jahren war es noch so, da war es irgendwie krass, wenn die Leute 1000 Euro aufgeladen haben mit VPN oder so. Jetzt ist es nicht mehr bei 1000 geblieben, jetzt sind die schon bei 2, 3, 4, 5. Also ich finde schon, dass das Geld an sich auch immer mehr wird, was die da reinstecken. Auch zum Serverstart an sich. Aber das ist ja überhaupt allgemein so geworden, finde ich. Ja, also es ist überall so. Ob du jetzt FIFA spielst, ob du Medien spielst, ob du, weißt ja, Fortnite, keine Ahnung, ob du CSGO-Skins ziehst, ich weiß es nicht. Es ist ja überall krasser. Ja, weil PC halt wirklich, früher war das so, ja, spielst du ein bisschen PC, aber das hat jetzt für viele ein direkten, ja, ist es halt jetzt mein Haupthobby. Mhm. Weißt du nicht, früher war das nicht so, dass du sagst, hey, ich zock bloß, oder so. Früher war von den Entwicklern auch eher sowas gedacht, von wegen, das Spiel muss Spaß machen, das Spiel muss genau sein, wie es meinen Wünschen entspricht. Heute geht es einfach noch danach, wie es finanziell läuft. Und das gab es halt früher einfach nicht. Früher wurde ein Spiel entwickelt, um Leute in den Bann zu ziehen, weil die Story so geil ist oder sonstiges. Heute richtet sich die Spieler einfach danach, wie kriege ich das meiste Geld aus dem Spiel gezogen. Und das wurde von viel übernommen, was leider Gottes ein Riesenproblem dann darstellt. Ja, aber guck mal, aber es fängt ja schon, guck mal, es ist doch, ich kann dich mal bei was zitieren. Wir haben damals, kam die Siegel der Götter rein. War doch 4600 DR, ne? So, jetzt sind wir bei 5500. Da habe ich auch, habe das Video gezeigt, habe gemeint, boah, immer wieder immer mehr und im Podcast habe ich es mal angesprochen. Und da meinest du ja auch so, ja, aber lohnt sich jetzt zum Beispiel immer noch mehr als magische Steine zum Beispiel, ne? Ich verstehe deinen Punkt, aber da merkst du ja, wie krass das ist, wie man immer das Spiel nicht mehr vielleicht unbedingt aus erster Linie zum Spaß spielt. Ich kann euch auch nicht mal sagen, ob ich das wirklich aus erster Linie noch aus Spaß spiele, sondern eher, weil man sagt, okay, wie kann ich jetzt am meisten Profit rausziehen mit dem, was ich habe und was lohnt sich am meisten? Aber so denkt doch, oder? Ja, es denkt immer mehr so. Ja, weil du hast begrenzte Zeit und dann denkst du dir, das ist, jeder, der Hydroform denkt sich, wenn ich jetzt zwei Stunden Zeit habe, was mache ich, um das maximale Anwohnen rauszuholen? Das ist, wenn du wirklich begrenzt Zeit hast und den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt, versuchst du, wie kannst du in wenigster Zeit, das echte Tiefste rausholen, um im Endeffekt, und weil jetzt kein Content Update ist, dreht sich alles bloß noch, ja, ich muss eigentlich nur noch Schlangenwaffe aben und dann kannst du dir mal überlegen, wie lange es dauert, dass du einen Try mit Hydrofarben hast. Wenn du das in den Zeitfaktor setzt, das dir motiviert und dadurch motiviert es eher, ja, dann dreht dich halt irgendwie kürzer und hol mir ein Siegel pro Monat. Dann habe ich einen Try zusätzlich noch, was ja auch schon krass ist, ne, ein Siegel, 5.500 DR, ne, das sind 100 Euro, ja, das ist halt das krasse, ja, sogar mehr, glaube ich, sogar wie 100 Euro, wie viel? 200. Echt? Ne, 5.500. Wenn du jetzt keine Happy Hour hast, 5.300 ist 200 Euro. Jetzt, ja, ja. Ja, moin. Wenn du jetzt auf deutsche Aufladung hinausgehst. Ich habe gerade reingeschaut, ja, 6, 3, 6, 5. Ja. Ja, das ist gar nicht so abartig. Aber ja, also, klar, ich sage jetzt nicht, dass es jetzt nicht falsch ist, das zu machen, ne, aber zum einen, klar, wie viel Zeit hast du am Tag, wir gehen alle arbeiten, ne, gehe ich mal davon aus, ähm, schauen, was man mir da Zeit machen. Natürlich ist keiner mehr von uns so, dass wir jetzt, äh, nach der Schule nach Hause gehen, dass wir 13 Stunden am PC sitzen, um von Level 54 auf 56,5 zu kommen und den Skill auf den 19. Punkt hochzuschallern, dann auf M1. Das haben wir ja alles nicht mehr. Aber es ist... Da sind wir beim Thema von früher wieder. Früher waren das für uns halt einfach Erfolge und das hat uns so Spaß gegeben. Ja, Aber es ist halt irgendwie jetzt auch so, also ich habe immer das Gefühl, das ist so wie in dieser, ähm, in diesem Markt, so wie halt die Firma denkt, so denkt dann auch immer mehr der Spieler. Wie klappt es am besten mit dem Geld halt so, ne? Das ist auch mit dem Siegel der Götter, wenn die Leute sagen, ja, ich kaufe das für 5,5 KDR, weil, ähm, es rentiert sich für mich halt mehr. Das ist ja total absurd eigentlich, ne? Weil sie sich so... Ich verstehe schon, dass du eine Schlange mal für 15 haben willst. Aber was du halt dafür ausgibst, das ist so krank. Das ist so abartig einfach. Selbst die Siegel klappen ja auch nicht mal mehr so geil, wie man immer denkt. Habe ich zumindest gehört. Naja, ich glaube, das sind gleich die Quoten. Da hat sich nichts geändert. Würde mich wundern. Nein, ich meine nicht, dass sie schlechter sind als früher, sondern ich meine, ob sie so gut sind, wie sie, wie sie mal heißt. Ich weiß es nicht. Das habe ich ja schon im Podcast letztes Mal gesagt, also von 9 auf 15. Von 9 auf 15 mit 3 Waffen, ne? 40, 44 und 48 Trials. Das war dann der Schnitt, glaube ich, ungefähr bei 7. Wenn man das hochrechnet, rechne mal 40 Siegel oder 48 Siegel von 9. Von 9 auf 15. Das sind 6 erfolgreiche Ups. Kannst du mal rechnen, wie viel Geld das ist. Und wenn du dann noch eine eigene Schlangenwaffe erstmal selber herstellen möchtest, sind das erstmal immense Kosten. Da muss man an die Switch-Kosten noch alleine denken. Ich habe alleine damals 800 Euro reingedreht in den 6, 7. Nur damit ich ja meine 40er W da drin habe. Bruder, und überleg mal, wenn die keine Mob hat, uff. Ja, das ist ja der... Ach, Mann. Und da musst du rechnen, das ist ja bloß die Siegelkosten. Da hast du ja noch nicht einmal das Abmaterial mit drin. Das ist ja jetzt gerade auch explodiert, das Waffenstein und Waffenstein plus bei 10 oder 11 von gerade 15. Das ist, ne, einfach ne. Dann muss man halt da rein schon investieren. Das finde ich halt dann schon ziemlich heftig, dass das einfach normal geworden ist, weil du denkst dir, ja, du musst ja, damit du die Waffe dann so haben, damit man die Waffe so hat, wie man sie haben möchte. Ich betone das mit, haben möchte einfach jetzt mal so wegen meiner Waffe. Ja. Das ist man halt mal schnell beim Switchen, allein bei 1000 Euro, wenn man ein bisschen Pech hat. Mhm. Und das ist dann halt eher so selbstverständlich. Und das finde ich halt schon heftig eigentlich. Wenn man jetzt nicht gerade noch nebenbei, wie wir, dazu was verdienen, ist das halt für so einen normalen Spieler oder sowas schon brutal viel Geld, finde ich. Ja. Ich finde auch, wenn man im, das hat man glaube ich im letzten Podcast, dass auch die, diese Kluft zwischen den normalen Spieler und jetzt, ich sag jetzt einfach mal uns, ich, ich glaube wir können, ich glaube, ich kann gar nicht mehr richtig nachvollziehen, wie ein normaler Spieler tickt. So, wie ich dann auch Leute im Twitch-Chat habe, die sagen dann, ja, ich cash immer meine 10 Euro im Monat, wo ich mir denke, boah, was machen noch Leute? So, so, so total fernab schon, so ungefähr. Die sind ja wirklich halt. Unständig. Ja, total. Ich finde es ja auch schön. Ich freue mich ja über solche Leute. Aber, da merke ich immer, wie, wie, wie fremd, wie immer fremd er mir das auch wird. Weil du, immer, weil du sagst auch heutzutage, wir sind alle am Arbeiten. Wir haben ja, also wir können es uns ja theoretisch leisten oder, oder wir wollen es uns auch vielleicht leisten. Und dann sagen die aber, ja, pass auf, ich habe halt Familie, ich habe ein Kind oder so, ich habe vielleicht noch ein Haus, ne? Ähm, normales Familienleben. Und da sagen sie, ja, 50 Euro vielleicht mal, ne? Holen sie so ihren Stuff, Doppeldrop, dritte Hand, ähm, Erfahrungsring vielleicht, einen Offline-Shop noch. Und dann haben sie, dann grinden die ihren Rassador, ne? Rassador, Azrael, wenn sie Ninja haben, Nemre oder so. Und wenn sie mal wirklich mal ein bisschen mehr dabei sind, geht es so Richtung Jotun, vielleicht mal Duo Melee. Aber das ist ja, und ich finde, diese Leute haben wir auch gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich glaube, die gibt es auch schon relativ oft, ne? Aber wir bewegen uns auch nicht mehr in diesen Bereichen halt einfach. Und für solche Leute ist es halt auch. Ja, man sieht es ja allein schon an der Master, an den Truhen auf dem Markt, von wie vielen verschiedenen Leuten das kommt, ne? Von diesen Leuten hast du einfach wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gar nicht. Also überhaupt, also, erst mal den Rassador, deinemere, Azrael und vielleicht auch sogar mal die Baronist. Ähm, pff, das ist so, solche Runs habe ich auch nicht mehr richtig auf dem Schirm eigentlich. Weil wir jetzt alle nur in dieser Bubble halt Battle Pass haben. Wir machen sie halt wirklich nur, wenn es zum Beispiel sein muss, wie zum Beispiel für den Battle Pass. Ja. Aber ansonsten würden wir halt niemals mehr zu diesen Runs gehen. Das ist ein Fakt. Ja. Aber jetzt mal so, also, grundsätzlich, ich schätze mal, dass die Meinung jetzt von euch sein wird, Mädchen 2 wird sich jetzt noch definitiv halten. Und, es wird tendenziell eigentlich schon besser, aber es ist einfach noch zu langsam. Ja. Es müsste einfach mal mehr Tempo sein. Du hast ja noch unglaublich viele Server. Ich sag mal, wir müssen uns ja nichts vormachen, wenn die Spielerschaft niedriger werden wird, dann würde früher oder später eine Fusion gemacht. Und da sind ja noch sehr viele Möglichkeiten zurzeit. Aber glaubt ihr, dass es tendenziell jetzt, ich sag jetzt mal, in einem Zeitraum von fünf Jahren, mehr oder weniger Spieler sind jetzt? im Graf und wie viel die GF nur bereit ist, in das Spiel an Kapazitäten zu investieren. Nein, jetzt aktuell meine ich. Auf jeden Fall weniger. Ich denke, dass die Spieleranzahl jedes Jahr weniger wird. Vielleicht nicht extrem viel, je nach Jahr, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht mehr Spieler werden. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich sag immer Richtung Sommer, also wenn es Richtung Sommer geht, hören es mehr Spieler auf. Aber es fangen verhältnismäßig nicht mehr so viele Richtung Winter dann wieder an, wie im Sommer abgehauen. Ja, es wird immer weniger, ne? Also man merkt natürlich dann diesen Zuwind, merkt man halt schon im Winter, dass es wieder ein bisschen mehr Spieler werden. Das definitiv. Aber man merkt halt im Sommer auch extrem dann dieses Loch, was dann durch die, allein schon durch das Wetter dann natürlich herrscht, es merkt man halt einfach, gerade auf dem Markt alleine schon. Hm. Wenn nur deine Shops stehen, ne? Genau. So ungefähr. Was glaubt ihr, woran das liegt? Also vielleicht zu einem vielleicht Botter. Kann natürlich sein, ne? Wird auch daran liegen. Item Shop vielleicht? Dass einfach alles noch teurer ist? Oder was denkt ihr? Nee, ich glaube einfach, dass die Luft einfach raus ist mittlerweile? Ja, also wenn halt einfach nichts kommt und im Sommer auch nicht dieses krasse Event zum Beispiel ist, okay, es war glaube ich Königsbeute dieses Jahr im Sommer jetzt hat, aber dass du jetzt richtig bereit wärst, reinzugrinden, musst wirklich, und das ist ja, so haben wir es ja jetzt ja gerade gesehen, das Entdecken da sein. Und wenn nichts Neues zum Entdecken ist, dann denkst du dir, nee, dafür nutze ich meine Zeit anders. Weil im Endeffekt ist das Spiel, wenn ein neues Update kommt, ich denke, jeder von uns hat trotzdem noch so viel Faszination, dass er sich erstmal hinter den Rechner quetschen würde und einfach schauen würde, was das neue Update so bringt. Meiner Meinung nach ist eigentlich alles am Ende nur noch botterabhängig, wie es mit Metin 2 weitergeht. Ich glaub, die Botter wäre, Junge, das wäre ein Quality of Life, wenn die weg wären, oder wenn die zumindest so weit weg wären, dass sie... Man kann sich das gar nicht vorstellen, finde ich. Nee, also überleg mal, überleg mal, du bist im Mally oder in der Hüter und kriegst keine Closes oder so. Das wär schon wild. Ja, wobei im Forum ja tatsächlich Ridlock und Co. ja sehr viel gerade am Sammeln sind und da wird ja im Hintergrund ja angeblich drüber dran gearbeitet. Da sammeln sie ja ganz viele Fehlerquellen und so weiter. Bei was ist das? Bei Bottern oder was? Nee, nee, nicht wirklich Bottern, sondern generell Fenstercloses und so weiter. Man kann ja die Fehlermeldung im Client dann raussuchen und dann sollen wir die im Forum posten und die werden dann abgearbeitet. Ach, ja, ja, stimmt. Das reicht jetzt ja alles zwischen, solange bist du wieder abmeldest und so und da kannst du ja ... Ja, und die sammeln ja dazu ja gerade ein bisschen was, damit die da halt ein bisschen gegen vorgehen können. Finde ich an sich ganz nice, aber das ist halt wieder nur so dieses Fitzelchen, was man dann dagegen tut. Aber das Hauptproblem dann wieder nicht an den Händen packt. Das ist halt ... Und das Hauptproblem ist halt nun mal die Botter. Aber man muss halt auch einfach sagen, Botter wird's immer geben. Es ist leider Gottes so, man wird sie nicht ganz auslöschen können. Ja, ja, es ist okay, aber die Massen halt, ne? Man muss halt so, wenn selbst so welche Games wie New World oder Lost Ark oder sonstige selbst solche Probleme nicht unter den Griff kriegen und da steckt Amazon Games hinter und so weiter und dann haben wir so eine kleine Firma wie die Gameforge dagegen, dann wissen wir, wo wir gerade stehen. Es ist einfach so. Ich find's auch immer geil, wenn's dann heißt, Junge, es werden auch irgendwelche Leute in den YouTube-Kommentaren schreiben, Junge, das ist doch nicht so schwer. Das ist doch zack, zack gemacht. Ja, Junge. Wenn's so wär, dann wär das doch schon längst da, Mann. Leben. Ich glaub auch nicht, dass die jedes Mal Bock haben, so viele scheiß Botter da rumlaufen zu haben. Nee, aber kennst du doch das Gerücht, es ist natürlich alles von der Gameforge gewollt, damit die der Hand verliebt. Ah, Mann, ich verdiene auch selber daran. Ist doch logisch. Ja, ähm, aber müsste man, jetzt mal abgesehen davon, das haben wir auch immer im Forum gelesen, würdet ihr persönlich, wenn ihr das in der Hand hättet, Ingame-Mechaniken noch mal erschweren? Beispiel, es dann heißt, ja, dann mach doch die Alti erst, wenn die 60er-Bio fertig ist. Wenn ich mir denk, was, bist du bescheuert? Dann hängst du jeden normalen Spieler ab damit. Im Endeffekt gefährdet's ja nur das Mid-Level oder das Low-Level wird nur gefährdet. Ganz ehrlich, dann sehen wir vor dem Biologen halt Scharen an Botter ein- und auslaufen, bis die OZ-Bio fertig ist und dann fangen die an zu botten. Ja, aber... Es wäre dann wiederum meiner Meinung nach wieder nur nachteilhaft für die ganzen Normal-Spieler. Glaub ich auch, ja. ...als für die Botter selber. Das ist halt für die kein Grund, dann da ein großes Drama drum zu machen. Wie gesagt, dann stellt sich ein Biologen hin, siehst da bestimmt 20 Spieler permanent an und auslaufen, jede Minute. Und es sind Botter, aber du kannst sie halt nicht bannen, weil du da halt keine Beweise sammeln kannst. Sind wir mal wieder ehrlich, was wird passieren, wenn du wissen würdest, OZs für die Bio, auf einmal sind OZs was wert, entweder die Botter farmen sich selber oder wir normale Spieler, weil wir wollen wollen, farmen dann diese Bottern, die OZs. So ist es ja. Die Blutsteine ja, die kaufen ja die Blutsteine raus aus deinem Shop. Ich finde ja, du merkst es auch, wenn du bei den Bottern, du hast ja jetzt schon einen gewissen Botschutz, sei es, das kennt bestimmt jeder von euch, dass wenn ihr euch im Client einloggen wollt, das dann heißt, kann irgendwie gerade nicht gestartet werden oder so. Also ihr habt das Fenster schon offen und dann geht es auf einmal nicht. Dann müsst ihr es nochmal probieren, dann geht es in der Regel. Dass dann sowas kommt oder der Redbar zum Beispiel oder was ja manche für Probleme haben, dass sie auf einmal wollen sich in einem Gave-Account einloggen und dann geben die Daten richtig ein und dann geht es trotzdem nicht. Dann müssen die irgendwie 24 Stunden warten. Also es gibt ja schon Botschutz. Aber ich will gar nicht wissen, wie viel Nachteil auch die Spieler dadurch haben. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass die GF da vielleicht in dieser In-Game-Mechanik oder am Client auch mal gar nichts macht, weil sie weiß, okay, damit belasten wir auch nur die normalen Spieler. Aber ja, irgendwas muss halt her. Das haben wir ja schon geredet. Es ist ja schon zweimal passiert, dass einfach normale Spieler weggebahnt worden sind, die bannen wir jetzt wieder. Ja. Ich habe einen Level-Einsatz-Chart. Da war ein Level-Einsatz-Chart, der hatte drei Minuten Spielzeit. Der war seit 400 Tagen nicht eingeloggt und der hat als einziger Account auf meinem Geld verkauft. Und bam. So, why? Wie kann das passieren? Sehr weird. Ja, ganz komisches System da, was da am Laufen ist. Aber gut, dann muss es halt kombinationstechnisch immer funktionieren. Ich sag mal, ich fände es wäre irgendwie ein guter Ansatz, für manche Sachen halt zu sagen, zum Beispiel, wie du schon sagst, die oder die Bio müsste abgeschlossen sein oder ähnliches. Aber da musst du halt auch immer davon ausgehen, dass in der Zeit, in der die die Bio abschließen könnten, die auch gebannt sind. Ja. Weil sonst hast du nicht viel gewonnen. Und klar, die könnten sich ja auch als normale Spieler einloggen, bis sie die Bios fertig haben, ne? Bevor die anfangen zu botten. Was ich auch eine wunderschöne Diskussion im Forum empfand. Man könnte ja so anpassen den Cheatblocker, dass das System erkennt, dass man unendlich schnell ist und so weiter. Aber was ist, wenn du zum Beispiel einen kleinen Internet-Delay hast, du plötzlich weggeportet wirst, das System erkannt, du hast 10 Kilometer gemacht und du wirst dann plötzlich gebannt und ja, im System steht dann hier, du hast auf einmal 10 Kilometer schneller, bist 10 Kilometer schneller gewesen, so gefühlt. Das hat mal Ace gesagt, ja. Deswegen, sowas kann man halt meiner Meinung nach einfach nicht gut filtern. Tja, und dann hast du, wie willst du das am Ende dann beweisen? Mit der DPS habe ich das angesprochen, von der Hydra beispielsweise und da hat sie genau Ace das gesagt. Genau diesen einen Internet-Delay haben. Dann kann man auf einmal 100 Schläge nachbuben, was, ein Banner oder was? Was? Das wäre halt witzlos und damit schadest du halt wieder normale Spieler. Deswegen kann man so ein System halt auch wieder nicht einfügen, meiner Meinung nach. Es ist halt wirklich verdammt schwer. Ich weiß noch nicht, ob man einfach... Was ich halt auch traurig finde, wie die GMs... Ich habe das auch in meinem Video damals angesprochen, was ich auch gemacht habe. Wie die GMs fertig gemacht werden. Die haben gar keine Lust mehr, sich einzuloggen. Wenn die einmal eine GM-Nachricht in den Chat schreiben, die werden von Grund auf beleidigt, von A bis Z. Das tut mir mal so leid. Die geben sich die größte Mühe. Nidorius ist so oft online und rackert sich den Arsch ab. Bobby hat sich den Arsch abgerackert. Nur damit sie haben ihn hören, die Games sind doch eh nie online. Ich finde das so dreist, von den normalen Spielern sowas zu behaupten. Die tun das schon für uns für nichts, für gar nichts. Kriegen 30 Tage Doppeltrop im Monat oder so. Und die werden dann so fertig gemacht. Das tut mir mal voll leid für die, weil die wollen uns ja auch nur helfen in dem Moment. Ja. Ich finde, ich finde, das wäre auch nicht... Ich weiß gar nicht, weiß jemand hier, wie viel GMs es im Team gibt? Oh, ne. Nur wenig. Ja. Ja. Also ich finde man... Ich weiß ja nicht, wie das da abläuft, weil man kann sich ja auch im Forum selber nicht ein... Also anmelden, nur über den Support, glaube ich, ne? Genau. Ich glaube auch, also... Boah, ich glaube, die bräuchten auch einfach mal mehr GMs. Wie schon, ey, Das Problem ist halt auch, was GF selbst gesagt hat, man muss halt auch einen Spieler finden, der kein Gefühl sechs Kilometer lang Strafregister im Support hat, so. Weil viele bewerben sich anscheinend, was ich gehört habe, die dann schon da mal, Young gekauft haben, hier mal was gemacht haben, da negativ aufgefallen sind. Ah, jungen, 90% alle weg, gefühlt. Genau, das ist ja das Problem. Sowas können sie halt einfach nicht nehmen. Der ist YouTuber, den können sie nicht nehmen. Der hat das im Hintergrund gemacht, den können sie nicht nehmen. Sowas halt einfach. Aber wie so, wie so der ist YouTuber? Das war nur als Beispiel gemeint, Einfach nur als Grund so genannt. Achso, okay. Ähm, ja. Halt irgendwelche Gründe, die dann halt einfach dadurch dann ausgeschlossen wird, so. Mhm. Also ich fände eher cool, ich glaube, das hatte ich auch schon mal in der Vergangenheit gesagt, wenn man vielleicht die Accounts halt mehr personalisiert, dass man, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja diverse verschiedene Sicherheitsdinger, zum Beispiel, dass du den mit einer Handynummer verknüpfst, dass du den mit, äh, Personalausweisnummer verknüpfst, wie damals bei CSGO in der ESL. gäbe aus meiner Sicht vielleicht Sachen, wo man mal drüber nachdenken könnte, die man vielleicht machen kann als Botprävention, die vielleicht auch helfen würden. Ich glaube, das würde sich für die mit Datenschutzauflagen und was weiß ich alles. Ich glaube, die müssten da so viel machen, um sowas einzuführen. Also ich weiß, was du meinst, ne? Also, kann man ja auch was machen. Die sehen das ganz einfach so. Lohnt es sich für mich? Habe ich große Einbußen? Ja, okay, nee, mach mal dann halt nett. Ich glaube, genau so wird es angeguckt. Auch kein Hate oder so. Aber es wird halt immer aus dieser, ja, Marktsicht halt angeguckt, ne? Ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich behaupten, dass wenn das Botproblem so bleibt, wie es jetzt ist, die Leute, die das Geld der Gameport springen und das sind wir, die im Champion-Level oder 120 oder 115 sind. Ich glaube, uns beeinflusst das nicht so stark. Also die Alti-Kosten werden günstiger, aber was beeinflussen die Botter? Klar, ein Großteil der Server-Stabilität, aber auch da kann keiner hundertprozentig sagen, ob das jetzt nur an den Bots liegt, dass die Server instabil sind, weil ich sag mal, wo der M2-Bob gebannt wurde, hattest du auch Fenster-Closes, du hattest auch Kicks, du hattest auch Freezes. Aber ich fand's angenehmer, wenn ich mich noch richtig erinnere zumindest. Ja, aber das kann ja auch ein Placebo-Effekt sein. Kann auch sein. Ich meine, ich glaube, also ich sehe, klar, wenn ich mal Web 1 oder Bazaar bin, sehe ich mal einen Botter. Wenn ich in Melee reingehen möchte, leckt es, was ein bisschen doof ist, aber sobald ich im Melee drin bin, läuft's wieder normal. Also eigentlich tangieren mich die Bots ja gar nicht so sehr. Aber ich würde trotzdem jetzt nochmal unabhängig vor allem auf das ein bisschen hinweisen, weil überlegt's, wir sind ja, oder jetzt ihr als YouTuber seid ja die Vermittler vor dem Spiel an die Community, die das Spiel aktiv spielen. Aber dass ihr als YouTuber besseren Kontakt mit der GF habt, irgendwie, dass da im regelmäßigen Austausch, dass man da ein bisschen ist, ich habe das Gefühl, das ist komplett ganz ehrlich, Simply Ace, haben wir so viel besseren Kontakt? Nein, ich wollte ja auf euch raus. ich will es aber nur mal so ansprechen. Haben wir jetzt so viel, klar, wir haben so ein paar Ansprechpartner, aber dass wir jetzt sagen, wir können jetzt irgendwie voll viel machen, habt ihr das Gefühl? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall keine Vorteile gegenüber anderen Spielern jetzt. Nee. Aber auf das wollte ich ja raus, dass da irgendwie besser miteinander geredet hat, dass ihr vielleicht eher als Vermittler, so wie wir, wenn ihr jetzt den Podcast führen, dass man einfach da wirklich auch an die GF herangeht, weil im Endeffekt, es ist zwar schön für uns jetzt, wir reden, wir geben der Community das Gefühl, hey, wir kümmern uns um Probleme, aber das muss ja eigentlich ja weitergetragen werden und ihr versteht es, dreht sich uns aus. Bei uns ist es auch noch so, du hast den Partnermanager und der leidet jetzt auch im Endeffekt nur weiter, oder? Ja. Also für uns auch noch so, hast du vielleicht noch mal ein bisschen mehr Kontakt, aber auch nicht ausreichen, würde ich mal jetzt behaupten. Ja, aber das würde ich, das wollte ich ja genau reinschmeißen. Ja, ja. Dass es vielleicht ein bisschen verbessert werden sollte, weil das ist ja ein richtig geiles Format, egal was wir jetzt, wenn wir über Probleme reden, dass das ein bisschen mehr gehört wird von ihrer Seite, also von der GF-Seite halt. Also was ich mal gehört habe, weil ich habe ja mal probiert, ich habe ja wirklich viel gefragt, ob ich mal mit irgendeinem von der GF mal reden kann. Keiner. Also auch, als der immer sagt, hey, ich will mal gerne mit dem GM reden, der muss sich auch erst mal nachfragen und so, ne? Aber die sagen alle, nee, ist nicht möglich, ist nicht möglich oder nicht erlaubt, weil es halt dann auch heißt, ähm, die wollen das irgendwie so ein bisschen bedeckt halten, wie es geht. Ich habe nur mal gehört, das kann ich aber auch nur mit Vorsicht dann sagen, dass halt wohl auch ein Riesenproblem ist, dass, ähm, wirklich schon Drohungen, persönliche Drohungen zu den Leuten auch schon ausgesprochen worden sind und so. Oder das ist ja wohl auch ein Mitgrund ist, dass sie dann sich kommunikativ, also das ist ein Teil davon, auch von der Kommunikation her wenig melden. Ich finde es auch nicht gut, aber wenn da wohl das eine oder andere vorgefallen ist, ja, ich finde es auch sehr schwierig. Ich finde auch zum einen, müsste viel mehr kommuniziert werden und viel transparenter alles sein. Zum anderen, es ist halt total schwierig, weil ich auch nicht näher die Kulissen gucken kann, was da wirklich abgelaufen ist, ne? Ich weiß es nicht. Aber ihr hättet ja die Transparenz, auf das wollte ich heraus. Durch das, dass ihr, da würde ja nichts passieren, ist ja nicht so, dass das irgendwo anders jetzt weitergegeben würde. Ihr habt euch ja schon einen Ruf aufgebaut. Ja, aber wir sind jetzt, wenn wir gerade von Transparenz, von der Gamefudge reden, ich sehe da halt einen ganz schwierigen Punkt dahinter. Selbst wenn die Gamefudge jetzt Transparenz, sag ich mal, bei den Botter-Problemen wäre und dann sagen wir uns, uns sagen würde, ja, uns interessiert das Problem, wir verdienen daran. Was hätten wir davon? Da würde höchstens die größte Spielerschaft aufhören, weil sie sehen würde, okay, die Gamefudge interessiert es nicht, dann interessiert es mich auch nicht. Ich höre auf. So haben wir wenigstens noch die Hoffnung. Die Gamefudge weiß das, dass wir daran denken, dass wir dann eventuell noch Hoffnung haben oder halt Websen, was weiß ich und uns dadurch an der Angel hält, sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, durch diese Transparenz würden sie halt Spielerschaft verlieren, was halt an sich gesehen sogar passieren würde, wenn sie halt negative Punkte dann uns preisgeben würde. Ja, wobei ich aber glaube, ich glaube schon, dass sie viele Probleme auch definitiv auf dem Schirm haben und auch wissen, dass es nicht gut ist. Aber sie werden definitiv auch abwägen. Okay, also dann auch so dieses, lohnt es sich jetzt zu sagen, wenn dann viele aufschreiben und sagen, da muss eine 2FA verpflichtend her. Das weiß ich auch nicht. Wenn du sagst, du machst es verpflichtend, zum einen kann der Botter das nicht trotzdem umgehen, ne? Und der Spieler, der sagt, warum muss ich mich jetzt mit einer 2FA verknüpfen? Allein das schon vielleicht für viele was ist, was sie einfach abschreckt, dass sie sagen, nee, ich habe einfach keinen Bock, mich da zu verknüpfen. Ich will es einfach spielen. Das ist für die, wie das so ein Mehraufwand ist, wo sie sagen, nö, mache ich einfach nicht. Bei uns auch, ich glaube, eine Person oder sagen wir mal maximal zwei in der Guild hat kein 2FA. Für mich ist das so lost. Das tut mir, also, ja, voll. Aber ich glaube, weil wir auch einfach wissen, was passiert, wenn du es nicht hast, ne? Also, Fakt ist auf jeden Fall, die Gameforschung hat ja damals erwähnt, wenn man keine 2FA hat, hat man den Anrecht auf Support verloren, wenn irgendwas verloren geht. Oder wenn du Account-Sharing machst oder irgendwie sowas. Genau, Account-Sharing, so oder so. Wenn du mit jemandem Zweiten spielst, hast du sowieso kein Anrecht auf Support. Also, wenn du einen Freund hast, der mit dir spielt oder was weiß ich, selbst familientechnisch, selbst Bruder oder sonstiges, du hast dein Anrecht auf Support verloren. Du kannst froh sein, dass wenn du Support kriegst, dass es dann wirklich, dann kannst du wirklich drüber froh sein, aber ansonsten hast du halt Anrecht auf Support verloren. Deswegen, also 2FA-Pflicht würde ich meiner Meinung nach direkt ja sagen zu. Also, das ist meine Meinung. Ich verstehe es auch nicht. Leute, die da Risiko eingehen und alleine schon wegen dem Support-Anrecht ist es mir schon wert, 2FA zu machen. Nur als andere Leute, die jetzt hier vielleicht noch nicht 2FA haben, macht euch 2FA. Aber ich glaube, das ist auch nur, weil wir das aus der Sicht sagen können, weil wir wissen, wie scheiße es war. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal geräumt wurde. Ich wurde schon mal zumindest geräumt. Ja, einmal. Ich bin auch dafür, dass eine 2FA definitiv gut ist, aber wir haben die Erfahrung schon gemacht, dass es scheiße ist. Der andere Spieler sagt so, ja, muss ja nicht mir passieren. Das ist immer dasselbe Spiel so. Das ist genauso, wenn irgendeiner gehackt wurde, dann schreibt er so ein Forum rein, dann sagen sie, boah, keine Ahnung, ich habe dann selber Schuld, wenn du so dumm bist und so ein schlechtes Passwort hast und du dann gleich das Passwort auf dem P-Server benutzt hast, bla, bla, bla. Und dann kommt natürlich immer dieses Haut drauf von den Leuten, in denen es halt noch nicht passiert ist. Seit wann? Seitdem die 2FA ist, kam irgendwo mal so richtig wieder was, wo es mal hieß, da wurde jemand gehackt? Ich glaube niemand, gefühlt niemand. Also immer, vielleicht mal irgendwo, ja, bestimmt. Aber nicht mehr so, dass es da locker drei, vier Mal im Monat einen Thread deswegen aufgemacht hat oder so. Da sind wir in der Nacht um drei oder vier Uhr während Corona da, da war ja noch, da hat es kein Passage gegeben, immer die Account, da wo die ganzen Leute, die leergeräumt worden sind, das ganze Equipment innerhalb von, ja, fünf Minuten versteigert worden sind. Shop auf, shop zu, shop auf, shop zu. Das weiß ich noch, das war genau die Zeiten, da vor, ja, zweieinhalb, drei Jahren. Ganz günstig alles noch. Da hast du erst mal so, die ja Waffen für 100 Wunden gekriegt, das war toll. Ey, du wolltest noch was sagen. Achso, ne, ich meine nur, die Leute behaupten dann immer, dass sie gehackt wurden, ne, wenn mal der Anzeige zogen wurde. Ja, gut, kann auch sein, ja. Aber, ich meine auch alleine 12a, wie oft hat man von Google mal eine Benachrichtigung gekriegt, dass es irgendwo eine Datenpanne gab und das Passwort unter Umständen im Umlauf sein könnte, was man benutzt. Hm. Also, also ich meine, wollen wir natürlich nicht hoffen, aber es kann ja auch immer mal eine Datenpanne, könnte auch in Metin 2 passieren, ich weiß es nicht. Klar. Würde ich jetzt mal in den Raum werfen, also, ist zum Glück noch nicht passiert und du hast ja auch oft den Punkt, dass Leute dann selbes Passwort auf dem P-Server verwendet haben mit selber E-Mail oder was weiß ich, kennt ja die Einschläge. Hallo. Uhu. Haha. Ja, und ganz ehrlich, auch bei P-Servern, wie oft, also, es gab ja auch schon ein oder andere P-Server, die ja ihre Datenbanken auch verkauft haben, ne? Ja, also, es ist ja ein hängiges Modell. Ja, also, schwierig, ja, ich sprich weiter, sorry. Ne, alles gut, das war's letztendlich, also, die Leute müssen halt vorsichtig sein und mir tut dann auch wirklich ernsthaft keiner leid, der dann leergeräumt wird. In dem Moment war ich selber schuld. Ich war absolut selber schuld, das hab ich auch eingesehen. Ich hab da auch nicht geheult drum, sondern ich wusste den Fehler, den ich begangen habe, hab's im Nachhinein dann einen neuen Account gemacht. Ich hab halt wirklich nur in dem Moment wieder angefangen, weil das einzigartige Event Monster-Trio war. Mhm. Sonst wäre ich niemals wieder auf die Idee gekommen, anzufangen, weil das einfach, dieses Event war einfach zu geil. Jeder, der es gespielt hat, weiß es noch vielleicht, aber das war einfach geisteskrank und das hat mich halt bei dem Spiel gehalten und das war auch gesagt, wenn noch irgendwas passieren sollte, dann bin ich weg vom Mädchen, aber bis jetzt, wie gesagt, neue E-Mail, neues Passwort, 2FA und so weiter. Wenn da was passiert, keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja. Aber seitdem an ist nie wieder was passiert, aber da war ich halt selber schuld in dem Moment. Mhm. Aber 2FA ist für mich überhaupt der Grund gewesen, dass ich überhaupt Euro in das Spiel investiert hab. Wenn ich eine 2FA gehabt hätte, hätte ich niemals das Risiko eingegangen, dass ich da ein Cent reingesteck. Ja, da hast du manchmal schon ein bisschen Angst, wenn du dich so ohne Zweifel eingeloggt hast, so, hm, hoffentlich ist noch alles da, ne? Ja, exakti. Ja, zu dem Zeitraum, wo ich gehackt worden bin, hab ich ja auch noch gar nichts aufgeladen gehabt. Also, das muss auch noch das sagen. Also, zu dem Zeitpunkt hat auch noch alles free to play aufgeladen, hab ich erst dann, nachdem ich wieder neu angefangen habe. Ja. Gut. Gut. Also, Suchtthemen haben wir jetzt schon vor 20 Minuten abgeschlossen. Jetzt haben wir nochmal so ein bisschen über Botter und so weiter geredet. Ja, also zusammenfassend halt, es muss einfach ein bisschen Tempo rein und neue Updates kommen, ne? Ja, dass mal wieder was passiert, ja. Dass wir alle unsere Sucht befriedigen können. Ist so. Ja. Ja, gut, ich mach nochmal ganz kurz das Thema zumindest auf. Wenn ihr noch Zeit habt, habt ihr noch Zeit? Klar. Klar. Ja, ja. Okay. Ähm, ich hoffe, es wird euch zu groß. Suchtverhalten im Metin 2. Was würdet ihr von euch sagen? Glaubt ihr, ihr seid süchtig nach dem Spiel? Ja. Nein. Absolut. Zander? Überlegt ihr gerade? Es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an auf die Jahreszeit. Teilzeit sucht die. So, kann man sagen, ja. Okay. Ich würde bei mir auch sagen, wahrscheinlich irgendwie, irgendwie ja und keine Ahnung. Also, ich finde mittlerweile, früher hieß es ja alles, wer länger als 2 Stunden spielt, ist süchtig nach irgendwas. Ich finde solche Aussagen halt ja, es ist schwierig. Unnötig, aber bei mir ist es halt zum Beispiel so, das Spiel richtet sich halt wirklich so nach mir, nach der Arbeit. Es ist einfach so, nicht ich richte mich nach dem Spiel, sondern das Spiel richtet sich so ein bisschen nach mir. Und ich gehe zum Beispiel in Pausenzeiten nach Hause, gucke dann, in die Shops rein, mache die Shops voll. Also wirklich jede Minute, wo man halt Zeit hat, wird dann halt auch wirklich genutzt, um da halt dann voranzukommen. Und das finde ich halt schon, dann geht in Richtung Suchtverhalten. Es ist einfach so. Aber solange es halt einem Spaß macht, ist es halt immer noch der Punkt, dass es halt dann okay ist, finde ich. Ich stelle mir gerade vor, Sucht heißt nicht immer was Negatives, finde ich. Sucht finde ich erst negativ, wenn man sich das Leben dadurch verbaut oder sonstiges und dann halt wirklich in Schulden rutscht oder dies, das Traladadam, finde ich, ist ein Suchtverhalten negativ. Aber solange man sich selber dann in dem Moment noch im Griff hat, ist es halt immer noch okay, finde ich. Ich stelle mir gerade vor, wie auf deiner Smartwatch, so wie es so richtig rot auflingt, so ein Shop ist gerade zugegangen. Stabartmogel. So ist es tatsächlich nicht. Richtig kalt schweißig. Oh Gott, ich muss nach Hause. Aber tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, irgendwo übernachte oder sonstiges bei anderen bin, ich belocke mich mit einem zweiten Discord-Account zum Beispiel ein, mache mit dem Main-Account einen Stream auf und gucke abends, wenn ich im Bett liege dann oder sonstiges, in den Stream rein und hoffe noch, dass er Char steht zum Beispiel. Solche Sachen halt. Und das finde ich halt dann schon geht in Richtung Sucht. Das ist einfach so. Man denkt halt gefühlt in freien Minuten immer an das Spiel so. Bei mir kann ich so sagen, durch das, dass jetzt kein neues Update mehr gekommen ist, jeder, der mich auf Teutonia kennt, weiß, ich drücke auf eine Start-Taste drauf, mittlerweile mit drei Chars und das war es. Einfach auf Autohand. Aktiv spiele ich Höllenturm einmal im Monat, sieben, acht Stunden und das ist meine aktive Zeit. Um Autohand kann ich ja ehrlich sagen, bei meinen Kriegers sind es wahrscheinlich zehn bis 15 Minuten maximal pro Tag. Bei denen stelle ich fünf Tage läuft er durch mit der Euchi, immer alles vorbereiten. Und bei Sura immer mal wieder runterstecken, sind es vielleicht 20 Minuten. Also das ist von der reinen Zeitaufwand her relativ gering. Ich sage, ich wäre bereit, gern wieder mehr in das Spiel zu investieren, weil ich Bock drauf hätte. Aber wenn es Spiel einem nicht den Grund gibt, dass ich mehr spiele, nutze ich die Zeit anders. Aber so ist es aktuell bei mir. Kennt ihr das, wenn ihr, keine Ahnung, ihr zockt ja, ihr schätzt nicht mal irgendwelche anderen Games. Ace zockt bestimmt andere Games, ich weiß nicht, Simply, ob ihr auch andere Games spielt, wahrscheinlich schon. Xander wahrscheinlich auch. Ihr kennt es doch, okay, aber ihr kennt es doch bestimmt, egal ob ihr auf einer PS5, auf einer PS4, auf einer Switch, auf einem Gamecube früher, was weiß ich, wenn ihr da mal ein Spiel früher gespielt habt, da wart ihr doch bestimmt vom Spielverhalten, vom Spaßfaktor doch bestimmt so richtig so, boah, so richtig voll, so richtig Bock, Bock da einfach, weiter durchziehen und so. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, was ich meine. Ja, absolut. So richtig Spaß, so du fühlst es richtig. Ich hatte das jetzt letztens zum Beispiel, ich hab Subnautica letztens angefangen und ich hatte das Spiel nach drei Tagen einfach durch, weil ich einfach so drin war. Ja, das war so Pokémon auf Nintendo DS früher oder so. Ja, jetzt hatte ich das jetzt mit dem Spiel und man hat es halt einfach durchgezogen, weil es einfach mal so drin war. Das bockt halt einfach, ne? Ja, verlierst dich da drin. Aber habt ihr das in Metin? Also tatsächlich durch das neue Event jetzt gerade wieder, ja. Teilweise so irgendwie, ja, weil es mal passt, es ist übel wieder. Weil du einen Sinn skienst, aber weil du aus dem Kopf warst, du denkst langfristig und denkst dir, wenn du jetzt ein bisschen durchziehst, das ist ja entspannt, das cool ist ja, du kannst während des Events, das überanstrengt dich jetzt nicht oder du musst dich konzentrieren, sondern kannst nebenbei im Discord labern, jeder ist entspannt, jeder sieht gerade Profit, das passt, das macht Spaß. Das ist also gerade eine entspannte Atmosphäre und du siehst einfach langfristig, ja, geile Sache, bockt und stresst dich nicht. Somit sage ich definitiv, ja. Ähm, auf Metinets bezogen, meinst du? Ja, dass du einfach Lust hast, das Spiel zu spielen. Ja, aber wenn jetzt Simdi da von seinem Spiel gerade geredet hat, aber bei, aber glaubst du nicht, dass du beim Metin, weil du das Event jetzt so mitnimmst, ja, ähm, also die Leidenschaft nicht, das ist ja gelogen. Ja, also er simply weiß, okay, ich krieg da voll viel, ne, ich krieg Massen, DGA's, ich krieg Petbücher, Kisten, Switcher, ey, da krieg ich alles so. Und so, der kann sich ja kaum retten, Junge, der versinkt ja schon in dem ganzen Drop so gefühlt, ne, aber er hat es auch nicht zu farmen, aber geht jetzt da rein, er sagt so, boah, das macht gerade so Bock, es macht dir so Bock, den 5000 Goblin da hinlaufen zu lassen. 287 kriegst du ihn, wenn ich bitten darf. Aber weißt du, was ich meinst? Du weißt halt, was du bekommst, aber wenn du im Spiel, also, sag mal, dein Subnautica, was du spielst, da bist du drin, was sagst du, boah, das bockt gerade, ich will einfach so durchzocken, so. Es ist ja was anderes, weil du weißt, okay, es bockt dir einfach, aber bei deinem Goblin Run, da weißt du so, okay, ich weiß halt, was ich jetzt dafür bekomme, ne. Das Einzige, was bockt, und sag ich dir ehrlich, das Einzige, was richtig bockt, ist, dass du Sodiak-Waffne, du kriegst Switcher, B-Switcher ohne Ende und nix schon gut, du spielst vier Stunden, hast 50 B-Switcher. Also, das motiviert mich schon, dass ich gerade einfach diesen Gamble habe, dass ich die auf die Sodiak-Waffe drauf ziehe. Es ist, es ist, es ist ein anderes Verhalten, ne. Es ist was ganz anderes. Ich glaube, das kann man, vielleicht kann man es auch gar nicht vergleichen. Es ist halt mal was anderes in Medien. Man muss nicht Geld investieren, damit man diese Summe an zum Beispiel Switchern, wie Fabi jetzt gerade gesagt hat, hat und dadurch hat man halt mal die Möglichkeit, einfach mal Just for Fun 50 Switcher irgendwo drauf zu knallen. Das hatte man vorher nicht. Und der Run an sich gesehen, es ist so schnell, man muss nicht viel Aufwand betreiben und dadurch hat man halt immens dann wieder Bock, irgendwas zu tun. Wenn ich zum Beispiel überlege, ich freue mich jetzt schon, darauf, beziehungsweise ich habe jetzt einfach die Vorfolge darauf, die Monsterkarten einfach durchzuknallen. Ja. Wenn man die 150 Monsterkarten Platinboxen, das könnte halt mit dem System halt auch extrem wieder Spaß machen, damit zu arbeiten. Man hat wieder was Neues, man hat wieder was Interessantes, was man sich anschauen müsste. Da sind wir bei dem Punkt, was wir am Anfang hatten. Die neuen Sachen, die man jetzt wieder durcharbeiten kann, sind halt jetzt wieder da und das macht halt wieder dann extrem Laune. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht sehe ich es auch einfach falsch, dass man es einfach nicht vergleichen kann. Aber das würde trotzdem kommen, wenn ein neues Update kommt. Sind wir uns mal ehrlich, als Nordwindschlucht oder Serienklamm oder Alastor, da ist auch dieser Wecker, hey, wie funktioniert der Land, hey, die Mechanics, langen Land, das ist, dann wäre es im Etien genauso wieder wie in anderen Spielen, seid ihr eierlich. Also ich fand damals auch, als ich in der Last Storm das erste Mal gemacht habe, dachte ich so, boah, irgendwie bockt es ja, irgendwie macht es ja trotzdem Spaß. Also dieses Gefühl auch so, boah, irgendwie geil, was Neues mal, ne? Okay. Eiz, was willst du sagen? Achso, nee, ich wollte nur sagen, auch zu dem Event bezogen, ihr seid natürlich zwei Leute, die mehr wie genug Schlüssel und Truhen farmen können, ne? Gibt ja jetzt genug Leute, die, was kostet bei euch ein Stack? Was kostet bei uns ein Stack, Standard mittlerweile? Bei uns kostet es genau dasselbe, also Gold und Silber geht für 8 Won weg und Schlüssel gehen für 1,5 bis 2 Won weg, also auch 10 Won. Aber, und das habe ich mit Simply auch letztens erst geredet, du musst überlegen, mit 10 Won kannst du 70 Runs farmen, das sind insgesamt pro Run ungefähr, sind es 300 Öffnungen, was du hast. Also es lohnt sich doppelt und dreifach und da muss man diese 10 Won bereit sein, weil du kriegst es mit Leckerli plus, wenn es das für 20 Kaka verkaufen würdest, die sind auf diese Sache alleine raus, wieder diese 10 Won. Deshalb darf man das nicht so negativ sehen. Natürlich, der einmalige Aufwand am Anfang, wo du jetzt vielleicht noch keinen Won erwirtschaftest, hast du erstmal 10 Won zu bezahlen. Jedes Event hat irgendwo einen Vor- und Nachteil. In dem Sinne haben wir die kleineren Spieler den Nachteil, dass sie nicht so leicht an den Thrun kommen, aber wenn ich mir jetzt so überlege, ich droppe im Roten Wald in einer Nacht 100 goldene Schlüssel. Ganz ehrlich, da gibt es immer noch die Möglichkeit, da dann ein bisschen aktiv zu fahren, wenn man da tapfig sieht, man droppt eigentlich bei 2-3 Puls immer 1-2 goldene Schlüssel. Das ist dann immer noch so eine Fahrmethode gerade für Neulinge, die halt gerade wieder neu da ist. Also man muss sich halt informieren können und ein bisschen, ja, dann einfach da dann bereit sein, die Zeit zu investieren als Low-Leveler und dann macht man da auch in der Stunde gerade 1-2 Wochen mit Schlüssel als Low-Leveler. Das ist halt wieder eine neue Farmquelle, die gerade gegeben worden ist, sowohl im High-Level als auch im Low-Level. Wenigstens was, ne? Ob das auch im Detail vielleicht Farms und Farms nicht Thrun oder so, oder im SC3 oder SC2. Thrun-Plus, ja. Und die kommen halt auch nicht gerade selten. Ja, gehen für 5 Kaka weg, weil stellenweise kaufen die Leute direkt die großen Stacks und zahlen lieber mehr für kleine Stacks, als die überhaupt mal in den Run laufen. Richtig. Ich meine, natürlich muss man erst 6 Stunden in den Run investieren, damit man erstmal alles freigeschaltet hat. 6-7 Stunden an Runs. Aber das schaffst du mit diesen 10 Runs schaffst du es, dass du zumindest 70 Runs schon mal läufst und dann bekommst du schon mal gut weit. Weißt du circa, wie wollte ich dich gerade fragen? Weißt du, wie viel zirka? 140 Runs, glaube ich, da hatte ich mit den Sura alles fertig. Hast du von unten hochgespielt oder bist du bis in die 3 blieben? Weil dann wird es nämlich schneller gehen. Ja, und dann wird es schneller gehen. Ich wollte die Akselatoren brauchte, deswegen. Okay. Weil wenn du unten bleibst, geht es natürlich schneller. Wenn du bloß diese 9, dann kriegst du viel öfter Goblin Key. Also, ich sag mal so, wenn du unten bleibst, denke ich, werden es so zwischen 80 bis 100 Runs sein und dann solltest du eigentlich durch sein. Dann hast du deine 5 Stunden da gefarmt und dann kannst du halt wirklich guten Profit damit machen, selbst wenn du ein kleinerer Spieler bist. Und kleiner Tipp am Rande, falls das irgendjemand hier nicht wusste, man kann die Monster in dem Run mit Tapferkeit umhängen ziehen, dann kriegt der Goblin keinen Schaden mehr. Kleiner Geheimnis. Einfach einen Blitzhandschuhe anziehen. Hallo, der Verschleinere Spieler ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Auf jeden Fall für so einen 95er, definitiv. Der Handschuh ist doch ab 105, hä? Verstehst du das Problem jetzt? Verstehe die Frage hier nicht. Was sind da bloß 150 Wonserhandschuhe? Wenn überhaupt. Was wollt ihr eigentlich? Eine Frage wollte ich noch an Simply stellen. Ich hatte das letzte mit Freeze im Interview davon. Du hast dich doch beim Support mal wieder sperren lassen, ne? Bis Weihnachten jetzt. Ich habe mich am Anfang des Jahres sperren lassen. Ich habe mich ja jetzt, wo das Update rauskam mit Handschuhe, war das glaube ich, habe ich mich wieder entsperren lassen, ja. Aber leider Hey Leute! Aber leider Gottes, der Punkt ist der, es geht nicht mehr. Es sind zu viele Support-Anfragen reingekommen und die machen das scheinbar nicht mehr. Also bleibst du jetzt für ewig so. Weil ich das zu sehr rumgetragen habe anscheinend, weiß ich nicht. Haben machte das leider nicht mehr. Laber, nein, was? Ja. Echt jetzt? Ja, letztens hat jemand angefragt, der wollte sich auch sperren lassen, geht nicht mehr. Oh nein. Ist ja, Junge, nein, du musst uns dein Geld geben. Kannst du doch nicht einfach dein Geld nicht uns geben, hallo? Scheiße. Oh nein. Ah, das ist ja mega mies. Okay. Meinst du echt, das sind so viele Support-Anfragen? Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir vorstellen, dass es aus dem Grund dann nicht mehr gemacht wurde. Hab ich schon Angst, dass die Grillpartys nicht finanziert werden können. Er in die Nahtworte hat ja im Forum zum Beispiel auch geschrieben gehabt, wenn man in Support mit gewissen Dingen auf die Nerven geht, kann es sein, dass gewisse Dinge einfach schneller weitergeleitet werden. Als kleiner Geheimtipp hatte er im Forum geschrieben, ob das jetzt auf sowas dann auch sich bezieht, so von wegen, es geht dir in der Gameforge auf den Sack, Accounts zu sperren für Aufladungen, als gleiches Prinzip, weißt du, kann ich mir das halt gut vorstellen. Okay. Ja, war irgendwie auch schade, Es hatten halt drei Leute bei uns in der Gilde gemacht, die sich gesperrt hatten über den Zeitraum jetzt. Ja. Dann ist ja auch gut für die Leute, wenn sie sagen, ich will mal hier ein bisschen runterfahren, ne? Richtig. Okay. Na gut. Ja, eine letzte Frage noch. Weihnachten steht bald vor der Tür, die 50% Happy Hour kommt. Jetzt kommt jetzt noch mal die Black Week. Er weiß ganz genau, worauf ich hinaus will. Er weiß ganz genau, worauf ich hinaus will. Jetzt kommt die Black Week mit dem wie als das Cyber-Dings, da wo alle halbe Stunde eine andere Happy Hour oder so ist. Ich glaube, ich war doch auch, ne? Das war letztes Jahr. Alter, ich weiß nicht, ob die das durfte. Mann, das war schon heavy. Boah, ja, da ist er 40, glaube ich. 25, 40, 30, 35, das war ganz weird, Mann. 2021, da gab es einmal eine Happy Hour mit 55% dann. 55? 55 gab es eine, das war die höchste. Hast du ein Screen davon? Echt? Ja, ich habe da aufgeladen, damals. Das ist von der Aufladung tatsächlich irgendwo. Ah, okay. Äh. Okay. Was habt ihr vor, was zu cachen? Ja, nein? Ja. Ja, ja. Ganz leise so, ja. Ein klein wenig. Kleiner vierstelliger Betrag. Also ich kommuniziere offen und ehrlich, zwei Max-Aufladungen bei Main und bei zwei Verkauf-Charts, also zwei Accounts jeweils, eine Max und eine halbe, werde ich aufladen. Okay. Ich könnte mir ja auch vorstellen, aufzuladen, wie letztes Jahr für ein Jahr Offline-Shop kaufen dann. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dieses Jahr, ich glaube, sieben Monate davon nicht gespielt, ob das dann so weise war, weiß ich auch nicht. Hast du den Shop gleich komplett durchgeöffnet oder was? Ja, ja. Bruder, das brauche ich ja. Hass! Ihr seid so faul. ich bin zu faul, genau. Den Shop einmal wieder neu zu stellen. Was? Mir ist das egal. Ich muss jetzt 50 Sachen aus dem Shop holen, da brauche ich keinen Platz. Exakt. Ich brauche acht Stunden, um meine Shops neu zu stellen, falls ich mal umsortieren möchte. Alter, ihr habt es so verdient, dass euch das Geld aus der Tasche gezogen wird. Aber ich sorge ich auf einen offline-Shop. Einen. Ja, reicht. Ja, also ich würde sagen, es reicht, aber ich glaube, da wird mir Simply widersprechen. Also gerade habe ich noch 10. Ne, nicht mehr. Ich dachte, der Germania besteht aus deinen Shops. Ich habe 13 abgelaufen bei mir. Normalerweise habe ich 13, aber jetzt sind es nur noch 10 gerade. Dschungel, da hast du auch Herzrasen, oder? Ja. Das ist nur ein bisschen. Da unten fällt so ein richtiger Talfahrt, ey. Oh Gott. Jetzt kann ich mir meine dritte Schlange, war für mich ein Angriffsspeedat finanzieren. Scheiße. Du Drecksauch. Einmal der Zahne richtig raus. Oh Gott, das ist so schlimm. Oh nein. An die vier Leute, die hier noch zuhören. Ihr wisst nicht, was er meint. Das ist so schrecklich. Kleiner Insider am Rande. Ohne Offline-Shop und ich muss schon sagen, das ist extremst nervig. Also ich könnte es nicht mehr, dass ich einen Shop stelle. So. Als wenn du so einen Shop stellen würde. Ohne Offline-Shop würde ich wieder ausrasten wahrscheinlich. das ist ein Klein-Freeze. Ich muss es ja jetzt erst stellen, weil wir es immer machen, um die Feuerrunen immer mal wieder reinzustellen. Bloß zwei Wunden. Allein das, 40 Mal reinzustellen für zwei Wunden, das ist schon übelst nervig. Ich lasse halt den dann einfach geschlossen und schaue mit Main immer, ob die aus dem Shop raus sind oder nicht. Aber, ja, es ist nervig. Es ist einfach eine Lebensqualität, wo du irgendwann nicht mehr bereit bist zu verzichten. Ja, überleg mal. Ja, ey, sorry, ich bin nach Hause gekommen, muss mal im Shop gucken. Ach nee, warte, ich habe Blackstream, ich muss den ganzen Shop schließen, Alter. Ich muss komplett neue Client aufmachen. Komm. Also, ah ja, letzte Frage, seid ihr auch dafür, dass man die Schatzinsel zum neuen Bazar machen kann? Ja? Finde ich auch. Absolut. Geil Idee. Die sieht so geil aus. Ich bin ja letztens hin, hab das erste Mal diesen Run gemacht und ich so, Alter, der sieht ja so geil aus. Junge, das wird doch perfekt, wenn ein Bazar passt, das sind ja drei Ausflüchtungen hier, so ein bisschen wie auf dem Bazar. Du kannst auch noch diese, habt ihr euch mal die Map ein bisschen genauer angeguckt? Da gibt es so ein paar Laufwege noch, die sind aber blockiert, da kannst du nicht durch. Die können wir einfach aufmachen. Die können wir da wirklich ein bisschen größer gestalten. Genau, man könnte das sogar machen, wirklich aus jeder Ecke kommt dann das gewisse Reich raus. Ja, kann man auch machen. Ja, voll geil. Aber die Schatz zu uns sind, ja, ja, klar. Das würde ich übel feiern. Das würde ich so geil finden. Ey, da könnten wir ja nochmal die Nachricht anteasern, dass der Bazar noch verschönert wird. Das ist uns ja versprochen worden, was nie gemacht worden ist. Können wir halt... Ein bisschen so ein kleines Portal, sage ich jetzt einfach mal, für Spiele, die sich ansammeln können mit Schmied und so weiter, wo keine Shops stehen. Ja. Das ist auch ganz cool. Damit der Schmied und so weiter nicht vollgemütet wird, beziehungsweise die NPCs und da irgendwelche dummen Shops drinstehen. Und den NPC blockieren. Zum Kotzen. Ja, aber dann hast du ja wieder so Pragmaten wie ein Ace, der sagt, hä, der Bazar reicht doch. Er füllt auch seine Funktion. Ich weiß auch nicht mal, wie die neue Map aussieht, um ehrlich zu sein. Alter, da. Leute! Ich Junge. Raus! Leute, die keine 200 Runs, bis sie jetzt hier drin haben, raus. Scheiße, das müssen wir alle glauben raus. Simpli macht einfach alleine Podcasts. Selbstgespräche, genau. Selbstgespräche, Teil 1. Was wollt ihr eigentlich? Mit Simpli, gut. Na gut. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Metin 2 Zukunft ist für das erste gesichert noch. Ah, übrigens, ich hab noch auf dem Bazar, aber das gibt's ja auch schon seit zwei Jahren oder so. Ihr kennt doch bestimmt, wenn ihr Glass Handels aufmacht und die Steine anschaut, da gibt's doch auch ganz andere Steine. Ja, Steine des Traumers zum Beispiel. Trauma oder Aqua, ja, ja, ich bin, ich will mal gerne wissen, ob da wirklich ein Update kommt oder ob das einfach nur so fake ist. Die sind einfach nur im System drin und deswegen sind sie da. Ja, es sind sie da. schon seit 2006er-Files. Okay, oder vielleicht kommen die einfach gar nicht raus. Also früher, wo du dir dann einen PS-Service erstellt hast und dann Codes durchgegangen bist, also die ganzen GM-Codes, da gab's die Steine halt auch schon dabei. Ach so, ja, okay. Also die sind schon seit eh und je in Metin 2-Code drin. Das sind ja die Dinger, die auf dem PS-Service sind, wenn die jetzt mal eingefügt sind. Genau, das gleiche wie Kyler-Rüstung und so weiter. Die sind ja auch im Glas drin. Ja, okay. Die Kyler-Kostüme und so eine Scheiße. Okay. Das sind dann Sachen, die PS, weil Leute sagen, nirgends haben wir schon vor fünf Jahren gehabt. Ich so, oh, junge Mann. Genau. Ja, warum habt ihr es denn? Die Dinger sind halt alle in Code drin und deswegen haben die Leute das halt alles. Ich meine, natürlich werden manche Waffen von denen selbst entwickelt vom Style her, aber das Bearbeiten von denen ist halt relativ simpel. Ja. Ändern ein bisschen die Farbe, machen dies, paar Kleinigkeiten dahin, ändern die Richtung von dem Schwert und oh, neue Waffe. Yeah. Na gut. Gut, dann haben wir das Thema jetzt. Eine Stunde, 16 Minuten haben wir wieder voll gemacht. Noch jemand irgendwas zu sagen? Nee. 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 Okay. Das ist das Schlusswort. Alles klar. Nee. Dann, dann bedanke ich mich an euch dreien, dass ihr da wart. War sehr angenehm. Und ja, Leute, wenn ihr irgendwas hinzuzufügen habt, wenn ihr Feedback geben wollt, lasst es in den Kommentaren liegen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. äh, Kommentare. Kanäle der Gäste verlinke ich unten, außer Zander. äh, da ist er bei Simply mit dabei. Und sonst habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, sind wir erstmal raus. Ciao. Ihr könnt auch Tschüss sagen. Warum sagt ihr nie Tschüss, Mann? Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.